ich will es heute noch mit sonja probieren ich bin nicht mehr ganz sicher wie das hier lief aber es lief alles mit wut an sich irgendwie außer die das ding das hat nur eine abklingzeit schon wieder das reit hier vergessen ok wollt ihr alle aber was ich noch gucken wollte warte wer ist ein heiler kasim ist heiler okay damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ich habe gedacht er wäre assassiner ja verschanzt du dich erst noch mal okay damit hätten wir weil er schon mal entdeckt und andere opsala das ging ja mal gründlich in die hose ja da muss ich noch mal ein bisschen mit üben sonja ist ja sehr offensiv was das ganze spiel angeht von daher die kombi ist natürlich mies scheiße so weit weg zu weit weg zu weit weg also schön da war was das ist so geil man kann dazu oft einsetzen wie bis die wut leer ist das ist auch cool außerdem jeder angriff lädt die wut auch noch mal auf da hatte ich ja da gab es ja einen angriff der konnte ja praktisch ewig laufen solange man genug gegner in der nähe hatte die man vernichten konnte sagen von hier aus jetzt mit jedem angriff ein stückchen mehr mut ich sollte kurz ja wohnten hallen das ist schön damit hätten wir schon mal den turm durch und da ist alles einfach nur dank einem ziemlich aggressiven spiel schön 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 nur ich muss gerade noch ein bisschen ich muss gerade noch ein bisschen meine angriffe aufeinander abstimmen können schick 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 es gibt nochmal einen richtigen bonus und wenn ich jetzt noch meine minions hier immer ein diner schaden hier durch peitschen kann haben wir gute chancen dass wir da gleich schon dass ich da gleich schon die ersten dass das erste vorgleich fällt so komm schon der angriff muss doch was bringen vor allem da ich jetzt noch ein bisschen den flächenschaden auf doch ich hab's gesehen ja flächenschaden ist dabei ok regenerationsangriff auf jeden fall durch mich ein ganzes level nach vorne wenn man das hier vergleicht ist es doch wohl eher mir geschuldet dass wir hier steigt so schnell im level steigen dennoch mache ich mich jetzt mal hier unten lang oben lang auf dem weg hier können die unten sich ein bisschen drum kloppen wer was macht und ich habe schon eine idee jetzt gehe ich hier nämlich mit e rein und schaffe damit hoffentlich eine ganze menge weg ok nein 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 scheiße dafür habe ich insgesamt jetzt schon einen guten vorsprung an schaden und das wird nicht weniger werden so so tauscht wut ging nee 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 kann schon aha na na verdammt hau doch nicht ab elendige feiglinge hier jedes mal so wo haben wir denn die nächsten ach schön der hat sich noch nicht mal richtig ah ok ähm im verlauf von 40 75 prozent schaden 75 prozent sind dann doch schon ein ganzes stück ähm aber die reichweite ist dann doch interessanter weil man den speer dann weiter schleuter dann kann auch verfolgung ist das dann immer sehr praktisch weil man kann dann eben noch den haken dann so also den speer irgendwem in den rücken werfen und sich heranziehen das ist immer noch recht praktisch jedes mal scheiße so dann locken wir waller doch mal richtung festung das gefällt ihr anscheinend nicht so sehr aber das hätte mir auch nicht gefallen leckt mich doch am hermel jetzt hat die mich doch noch erwischt wo könnte ich denn hin könnte ich unser segment hermer unterschützen unsere unser ok ok krasim das ist doch schon mal schön äh der war es dann doch wenn man genug zum zack kaputt kloppen hat das muss man dazu sagen dann funktioniert das ganze ansonsten ansonsten hat man da immer so ein kleines problemchen solange die wut steigt ah scheiße na hm ja gut nächstes mal nochmal ähm war ein bisschen viel drei gegner zwei kanonentürmer die auf mich geschossen haben dafür ist der ist aber der kanonenturm zur hälfte runter ist es hat sich schon gelohnt dass ich dafür sterben musste ja nicht so optimal aber was soll's vor allem das gute ist die abklingzeit ist gering und äh prozenten wutpunkte die erzeugt werden ja so prozenten wutpunkte die erzeugt werden verlängert sich das um eine sekunde und wenn ich glück habe kann ich scheiße ah man da bräuchte ich jetzt die andere fähigkeit da kann man nämlich später kommt ja die fähigkeit dazu dass ich mich äh ha zählt immer zum zielpunkt genau die brauche ich erhöht die heilung vom wirbelwind wäre natürlich auch genial aber durch den berserker ähm haben wir ja eh ja ähm okay mach das klein ähm ja also das mit dem das nächste ist dann eben mit dem ranziehen damit ich damit auch fliehen kann äh äh du hast doch deine leute da so jetzt noch einmal so mein lieber zeigenden thema noch eine runde so mein zorn des berserkers ist immer noch aktiv und das wird auch noch einen moment so bleiben äh ah 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 so knapp scheiße okay in der nächsten runde habe ich ihn hätte ich das update vorher gehabt hätte ich mich an den ranz ziehen ich hätte mich generell an den ranz ziehen können verdammt okay nicht aufgepasst äh gleich komme ich dahin um ein riesengebäsche da mitzumachen ah da wird hat unser bezeigenden thema eine menge spaß gerade kann die ganze zeit auf irgendwas feuern äh ich hoffe mal ich komme gerade mit der wut dann noch aber meine kd ist natürlich so gerottenschlecht 1 zu 8 äh ist nicht schön ja läuft ja alles über wut von daher ist das ja eh latte was hier passiert äh äh auch wollt ihr den ach das sind ja gerade die ey lass mich mal hier in die mitte danke dann kann ich hier auch da schön nein ein r und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen 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 multiple kids sind immer schön meine heilung ist nur grad voll für ein aaaaaaah ja meine heilung ist grad voll für den Arsch gewesen die müssen auch mal was dran schaffen allein schaffe ich das mit dem level halt nicht vor allem hier der gara 7 auch wenn das healer ist äh da muss mehr rauskommen auch wenn mich das jetzt noch nicht so deutlich zeigt aber ich bin immer noch führend was dann ist die ep beschaffung angeht wenn ich denn dann mal alleine wäre auf einer lane würde ich da auch mehr rausholen aber na gut vielleicht vielleicht automatisch geht nicht automatisch an ja das ist auf jeden fall mal die hauptsache dann bin ich schon mal eins sorgelos dass oder vielleicht nicht los aber um jeden wutpunkt den ich da bekomme so komm schon scheiße und ich bin immer noch im zorn des berserkers und noch immer jetzt jetzt bin ich raus jetzt bin ich raus aber nur noch vier sekunden und ich bin wieder drin was was hey 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 ja tschüss danke für das update schade ja gut gesund würde ich das auch scheiße nicht nennen aber ja hilfe zu selbst selbst hilfe kommt ganz gut hin oh das ist ja einer von das ist ja unsere haha ja und noch einmal wir jetzt funkelchen noch ein bisschen mithelfen würde also unser haben wir überhaupt funkelchen dabei ich weiß es gar nicht hm okay in der defensiv angewendeten rolle ne wirbelwind ähm oh scheiße obwohl ich heil mich ja sowieso segment hammer mein lieber freund achso ich muss ja erst ah schön so Leute ja wo seid ihr? ich bin schon mittendrin ich bin schon mittendrin Leute schon wieder ein Talent. Erhöht die erzeugte Wut. Automatisch, mehr Schaden und Verlangsamen. Das ist doch insgesamt ein wenig besser. Moment. Haben sie recht. Oh, es geht gegen Le Maestro. Rüst persönlich. Ich bin im Wutmodus. Gebt mir Gegner. Ach, lasst mir doch ein paar Gegner übrig. Dann bleibe ich in meinem Zornmodus. Wer kennt denn hier... Ihr müsst doch Sonnen erkennen. Verdammt. Und raus. Aber dauert ja nicht mehr lange und dann habe ich es wieder rein. Und dann... So, schön. Wow. Äh, ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Komm schon. Oh, und der Boss noch mit dabei. Ja, klar. Das war mal eine schnelle Runde. Und ich habe recht gut Schaden gemacht. Ja. Schön, schön, schön. Ah, zweimal gut game. Na gut. Schön. Tolles game. Tolle Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in Sonja so schnell wieder reinkomme.